In der Bühnenfassung des Berliner Ensembles sehen Sie Ausschnitte aus der Tragödie des Coriolan von William Shakespeare, in der Bearbeitung von Berthold Brecht und der Musik von Paul Dessau. Mann, vor drei Stunden hab ich ganz privat nen Streifzug durch Corioli gemacht und hab gewirtschaftet, wie es mir gefiel. Und täusch dich nicht, die Maskerade hier ist volsker Blut, streng dich gefälligst an, willst du das rächen? Hector, könntest du sein, der Kraftprotz deiner prahlerischen Vorfahren, ich mach dich hin. Jetzt schlack ich dich! Der Krieg ist für Coriolan, dargestellt von Eckehard Schall, der Krieg ist für Coriolan, und seinem Gegner Aufidius, dargestellt von Hilmar Tate, der Schauplatz ihrer individuellen Leidenschaften. Die beiden großen Spezialisten müssen ihr Duell haben und koste es die Welt. Ausgetragen werden diese Duelle zweier renommierter Krieger auf dem Rücken der armen Leute von Rom, die nicht nur die Kriege bezahlen, sondern auch noch als Fußvolk führen müssen. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf dem Schlachtfeld ist Coriolan Meister. Seine Hoheit türmt sich auf Bergen von Leichen. Nach der Eroberung von Corioli wird Coriolan zum Konsul gewählt. Er scheint unentbehrlich. Mit seiner Unentbehrlichkeit will er das Volk erpressen und fällt. Bürger, dem Tribunal droht Untergang. Der Mann, der euch um eure Stimmen anging, den ihr zum Konsul machtet in der Hoffnung auf Korn, verweigert alles und bedroht das Tribunal und damit euer Recht. Bürger, kein Wort ist wahr und will euch täuschen. Coriolanus, wir als Volkstribunen erklären dich als Konsul abgesetzt. Erkläre dich zum Feind des Tribunals, Empörer, Feind der Republik. Du bist verhaftet. Weg, alter Bock. Schwer, kein Schwer, weg! Coriolanus! Er ist beim Kutzschwert angelangt. Jetzt steht hier. Er ist geblieben, was er immer war, Hauptfeind des Volkes. Lieder mit ihm! Der Mann, der sich am Tribunal vergreift, verdient den Tod, das ist gesetzlich. Wir schützen ihn von dem Papier, Feindler! Lieder mit ihm! Erkümmt mich! Marzius, zurück! Hier steht der Sieger von Corioli. Hier steht, der euch da Macht belauben will. Mehr Achtung, weinerseits. Coriolan, du bist verhaftet. Der Mann hing ab vom Glück und konnte Glück nicht nutzen, sonderbar. Vielleicht war es stolz, maßlos durch dauernden Erfolg. Vielleicht Kurzsichtigkeit bei dem Gebrauch der Macht. Oder der ganze Mann, er wollte nur er sein, er nicht sonst und koste es die Welt. Keil treibt Keil aus und Macht verkommt durch Macht.